Das ging schnell. Donald Trump ist seit dieser Woche US-Präsident und Bitcoin knackt seitdem gefühlt jeden Tag ein neues Allzeithoch. Der ganze Kryptomarkt schaltet in den Turbo-Modus. Ist das endlich der Anfang des Polen-Markts? Außerdem mit dem Ampel-Aus verspielt Deutschland vielleicht seine Chance als Krypto-Standort. Und damit herzlich willkommen zum Recap-Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir zugeschaltet in der anderen Space-Katze ist mein geschätzter Kollege und Chefredakteur Sven Wagenknecht. Sven, bist du denn eigentlich überrascht vom Trump-Sieg? Moin Giacomo. Überrascht bin ich nicht. In der Eindeutigkeit hätte ich es aber auch nicht erwartet. Und das führt nun mal auch große Implikationen mit sich, dass er so klar gewonnen hat. Auch gerade für den Krypto-Sektor und da sprechen wir auch später drüber noch. Ja, die These kann man durchaus vertreten, dass das Implikationen hat. Insgesamt kann man sagen, was für eine Woche. Bitcoin steht aktuell, let me check, bei 76.242, während wir hier aufzeichnen. Kurz vor einem neuen Allzeithoch tatsächlich. Das wäre das dritte Mal diese Woche seit der Wahl von Trump zum Präsidenten, wenn es denn geknackt wird noch. Und vermutlich jetzt auch nicht mehr das letzte Mal. Sven, bist du überrascht, wie heftig der Markt gerade reagiert? Ich glaube, der Markt reagiert, wie die meisten es erwartet haben. Wir haben im Vorfeld mit vielen Experten gesprochen. Es war auch Thema im Insider-Report von uns und da war schon so die Aussage, wenn er gewinnt, dann geht es auch klar nach oben. Es gab sogar konkrete Aussagen, als Beispiel von Bitwise. Bitwise, da hieß es ja, Bitcoin so 10% plus und Allcoins, Memecoins gern auch 20% plus. Das sehen wir ja gerade und ja, Risikoassets generell profitieren ja davon und daher macht das, glaube ich, auch Sinn, dass wir diese Preissprünge sehen. Wie stark das jetzt noch weitergeht, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich glaube, da kommen viele Faktoren noch zusammen, die eben auch eine neue Kursrallye vielleicht erklären können. Okay, ich muss sagen, ich war extrem überrascht. Ich habe alle diese Prognosen auch gelesen und gedacht, ja, okay, 10% am selben Tag, ja, I don't believe it. Aber ich habe jetzt nochmal reingeguckt, schon am Morgen der Wahl erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch, so gegen 8 Uhr morgens oder früher. Insgesamt um 10% gestiegen auf 75.410 US-Dollar. Das war das Allzeithoch damals, seitdem hatten wir schon wieder ein neues. Ja, am Futures-Markt haben wir riesige Zuflüsse gesehen. Das ist tatsächlich der Markt, wo am meisten Bitcoin gehandelt wird. Ich glaube, 80%. Und da geht es immer um, ganz einfach gesagt, Wetten auf steigende oder fallende Kurse. Das Open Interest ist im gleichen Zeitpunkt fast proportional zum Kurs gewachsen. Also die Gesamtzahl aller offenen Positionen um 10%. Und wir haben auch gesehen, deutlich mehr Longs als Shorts. Longs sind Wetten auf steigende Kurse über die Zeit. Das hat sich jetzt wieder angeglichen, von 52 zu 48%. Gestern haben wir dann gesehen, dass die Bitcoin-Spot-ETFs, mit dem ja vor allem institutionelle Investoren in Bitcoin seit Januar 2024 investieren, einen neuen Rekord aufgestellt haben, mit Inflows von 1,37 Milliarden US-Dollar. Das ist so viel, wie die in mehreren Tagen zusammengenommen machen oft. Und du hast es gerade schon beschrieben, die Altcoins haben komplett aufgedreht. Ich glaube, Ethereum ist jeden Tag zwischen 5 und 10% gestiegen. Solana zwischen 10 und 15%. Solana hat, glaube ich, Binance-Coin auch dann von der Rangliste gehauen und ist jetzt auf Platz 4, ganz dicht hinter Federer. Also ja, es geht ganz schön ab gerade. Aber Trump ist ja nicht nur der einzige Grund. Ich glaube, wir müssen es im größeren Kontext sehen. Es geht ja nicht nur um den Kryptosektor hier, sondern es ist ein gesamtwirtschaftliches Phänomen. Und gerade auch der traditionelle Finanzmarkt, also die Aktienmärkte reagieren entsprechend gleich. Also wir sehen es dort vor allem beim Dow Jones oder beim Russell 200 in den USA, wo gerade auch kleinere Unternehmen drin sind, die dann eher vergleichbar sind, auch eben mit den Risikowerten im Kryptobereich, dass die auch ziemlich abgehen gerade. Und da ist also eine Korrelation gegeben, kann man auch sagen. Ich denke, wichtig ist hier auch zu verstehen, was ist eigentlich die Wirtschaftspolitik von Donald Trump? Und das ist vor allem Steuern senken, das ist schon mal positiv für Investments. Deregulierung ist auch zum Teil positiv. Außer bei Krypto, da will man ja mehr konkrete Regulierungen schaffen. Aber eben auch, dass man die Industrie zum Beispiel, die noch im Ausland ist, also Fabriken aus China zum Beispiel, wieder zurückholen möchte. Und das bedeutet, die müssen finanziert werden, sozusagen diese Arbeitsplätze und diese Fabriken. Und dafür braucht man sehr viel Geld. Und die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und das wird immer daher kommen, dass der Staat sagt, wir brauchen mehr Geld, dass dann die Banken mehr Geld bekommen zur Kreditverleihung, also die Zinsen dann auch fallen, entsprechend mehr Schulden aufgenommen werden. Und ich glaube, dass das auch die Einpreisung ist, also dass Trump für im Zweifel noch mehr Schulden vielleicht sogar jetzt steht. Und deswegen auch ja Industriewerte gut steigen, Risikowerte gut steigen, weil sie eben ja keine hohen Zinsen mögen. Und ich glaube, das sind generelle Gründe, die in den nächsten Wochen und Monaten wichtig werden. Aber wir schauen uns jetzt vor allem auch die krypto-bezogenen Gründe dann an. Ganz spannend, bei dieser Wahl war ja auch Polymarket. Ich glaube, mittlerweile dürften alle es kennen. Man wettet da eigentlich auf das Eintreten oder nicht Eintreten bestimmter Ereignisse. Und unter anderem auch Wahlen. Vorher gab es ja, also es gab so zwei Momente erst, oh mein Gott, Polymarket ist so akkurat mit seinen Vorhersagen, dass plötzlich CNBC und so das alles mit aufgenommen haben. Und dann gab es vor einiger Zeit so Vorwürfe, ja, aber da wird ja manipuliert. Sozusagen Leute wetten dann Geld auf, also versuchen das Eintreten von Ereignissen mit der Wette von Geld zu beeinflussen. Weil wenn man sagt, oh Polymarket ist ja so akkurat, dann kann man einfach Geld setzen, um das ganze Ereignis ein bisschen zu manipulieren. In einigen Staaten ist es, glaube ich, schon verboten. In Frankreich überlegt man, ob es verboten wird. Aber in der US-Wahl hat sich gezeigt wieder, wie verdammt akkurat Polymarket ist. Es gibt so ein ganz witziges Meme, das können die Zuhörer jetzt leider nicht sehen, was in Social Media die Runde macht, wo im Grunde, man kennt dieses Bild, das ist die Frau, die gefragt wird, Corporate wants to, what's the difference between this picture? Und sie sagt, they're exactly the same. Und in diesem Fall hast du auf der linken Seite die Polymarket Predictions. Nicht nur für die US-Wahl, sondern auch für jeden einzelnen Staat. Man konnte sozusagen auf jeden einzelnen Staat wetten, ob der republikanisch oder demokratisch wird. Und auf der anderen Seite hast du das tatsächliche Ergebnis und es ist komplett deckungsgleich. Wie erklärst du dir das, Sven? Gute Frage. Also anscheinend scheint es nicht so stark manipuliert zu sein, wie wir es vielleicht angenommen haben zeitweise. Die Verdachtsfälle waren ja auch durchaus plausibel, warum das so sein könnte. Ja, die Masse, glaube ich, die Masse macht das. Wenn viele Leute mitmachen und eine Schätzung abgeben und man dann einen Durchschnitt bildet, dann kommt da auch sehr viel Sinnvolles raus. Das macht man sich auch in vielen anderen Dingen zunutze eben auch, diese Schwarmintelligenz. Und anscheinend hat sie diesmal ziemlich gut funktioniert. Und das Spannende ist jetzt, okay, es hat sich sozusagen bewiesen, wie geht es jetzt weiter? Weil es ist dadurch ja nochmal viel attraktiver geworden. Und jetzt werden auch die traditionellen Medien, was sie eh schon getan haben, stark drauf geschaut haben. Die werden es jetzt noch mehr machen. Das wird also ein richtiger Indikator werden für ganz viele Themen, nicht nur politischer Natur, aber ich kann ja auch alles dort wetten. Und ich weiß noch nicht, wo es uns hinführt, aber es kann noch echt ganz, ganz groß werden. Ja, ich habe in der Zeit einen Podcast gehört, wo so ein Datenanalyst irgendwie befragt wurde, wie man Wahrscheinlichkeiten ausrechnet und so zu wer gewinnt die Wahl. Und ich fand es total spannend. Dann wurde er nach Polymarket gefragt und er meinte, ach, das ist doch Schwachsinn. Also er hat da so alles Mögliche angezogen, komplexe Analysen, die er da durchführt und kam zum Ergebnis, es wird ein Kopf an Kopf rennen. Und auf Polymarket gefragt wird er, nee, das ist Schwachsinn. Und ich bin jetzt auch gespannt zu sehen, wie das Game so ein bisschen verändert, gerade was so Schätzungen angeht. War dann doch eine gewisse Arroganz vielleicht zu sagen, nein, das kann ja gar nicht so sein. Das ist das ja, ganzen Krypto-Republikaner sind alle nur drauf. Und naja, aber am Ende war es die beste Vorhersage. Ja, sehr spannend. Aber die zentrale Frage, die wir jetzt haben und die sich, glaube ich, auch viele stellen anhand dieser extrem grünen, überschießenden Zahlen diese Woche. Ist das jetzt Bullenmarkt oder nicht? Was ist deine Einschätzung? Also für mich ist das ganz klar der Anfang eines Bullenmarktes, weil wir haben alle Unsicherheiten jetzt in den USA aus dem Weg geräumt. Das heißt, es wird positiv sein, das Umfeld für Krypto. Daran besteht keine Frage mehr. Und die Zeit des Crypto-Crackdowns ist vorbei. Und es ist ja auch sehr eindeutig, wie er gewonnen hat, auch mit dem Senat und Repräsentantenhaus. Das heißt, er kann seine Crypto-Policies relativ einfach durchprügeln, sage ich jetzt mal, ohne große Widerstände. Und gerade bei der US-Wertpapieraufsicht, da war ja das meiste im Argen, kann man sagen. Wir haben sehr viele Klagen gesehen gegen eigentlich alle großen Krypto-Unternehmen. Dann war noch der Status des Wertpapiers immer im Spiel, was dann auch vieles daran gehindert hat, einfach Krypto-Währungen zu nutzen. Dezentrale Börsen wurden eigentlich mehr oder weniger versucht zu verbieten, Uniswap oder Aave. Und all das ist jetzt praktisch nicht gelöst, das ist es nicht. Aber es ist gewollt, dass man es löst. Also dass ein Gary Gensler möglichst zurücktritt, dass man kryptofreundliche Personen dort installiert. Das ist ja ein sehr böses Wort. Das ist ja auch eine Demokratie. Da gibt es durchaus noch gut funktionierende Mechanismen. Also auch Trump kann da nicht einfach entscheiden, wer da jetzt immer kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt sehr kryptofreundlich wird, das ist gegeben. Und das kann für ETFs gut sein, was wir jetzt schon sehen. Die Mittel zu flüssig da rein funktionieren. Vielleicht werden wir bald einen Solana-ETF sehen, weil es eben die Regulatur zurückzulässt. Und das ist nur ein Grund von vielen. Generell glaube ich, aber auch Thema Bitcoin-Mining wird unterschätzt aktuell noch. Es lief nicht so gut. Die Seitwärtsphase hat viele Miner schwer getroffen. Aber auch hier, es kommen keine Sondersteuern, wie von den Demokraten mal gefordert. Es gibt keine ESG-Restriktionen mehr, weil das dann irgendwie nicht nachhaltig sein soll. Das schafft ja Trump ab. Trump will billige Energie und Trump will Bitcoin-Mining made in USA haben. Und das ist auch eine Signalwirkung. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Unternehmen, die jetzt noch zurückhaltend waren mit Investitionen, soll ich, soll ich nicht. Die sagen sich, okay, jetzt ist doch alles gut. Ich investiere in Krypto. Und ich glaube, diese Effekte sehen wir noch gar nicht wirklich. Was wir jetzt sind, sind die politischen Börsen. Die sind kurz immer. Entscheidend ist jetzt, dass in den nächsten Wochen, Monaten dann Entscheidungen getroffen werden von institutionellen Investoren, von großen Unternehmen, dass sie da rein wollen. Das ist noch gar nicht abgebildet im Markt. Null in meinen Augen. Das ist so eine erste Euphorie. Und dafür ist dann auch alles möglich. Und der Bullrun heißt für mich auch immer Altcoin-Season. Das heißt eben nicht nur Bitcoin. Wofür steht Trump? Trump steht für die Risikowerte. Und das sind eben die Altcoins. Also auch die kleineren Coins werden, glaube ich, deswegen überproportional stark in den nächsten Wochen und Monaten profitieren. Ja, was man auch gemerkt hat, also als Reporter, wenn man irgendwie mit so Projekten redet, Altcoins, wie du sie nennst oder wie wir sie nennen, dann kommt oft, ja, dazu können wir nichts sagen oder das können wir nichts machen, weil die so Schiss haben, dass sie verklagt werden von der SEC, dass sie versuchen, sich komplett abzusichern, bestimmte Dinge einfach gar nicht umsetzen können, weil sie keine Ahnung haben, ob sie dann halt eben eine Klage am Hals haben oder nicht. Und ich glaube, die werden jetzt sehr viel freier und mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein Dinge tun können, die sie vorher nicht tun konnten. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Trump halt tatsächlich, ja, in den USA Bitcoin als strategische Reserve aufbauen will. Er hat es nicht so genannt, aber de facto ist es das, die 208.000 Bitcoin, die die USA besitzen, ich weiß gerade nicht, wie viel ist, 15 Milliarden oder so, die meisten Bitcoin, die jeder Staat besitzt, fast alle aus kriminalen Machenschaften, sozusagen Beschlagnahmen, die wurden ja über Jahre immer und immer wieder verkauft. Und er hat jetzt gesagt, nee, wir hoddeln die jetzt für alle Ewigkeit und auch alle weiteren Bitcoin, die wir bekommen, werden wir für immer halten. Und das ist halt ein krankes Signal auch an die anderen Nationen dieser Welt, wenn die USA das machen, dass sie das auch überlegen werden. Das kann man sich jetzt noch nicht ausmalen. Ich glaube, das ist spannend, weil am Ende geben die USA den Ton an, was Finanzmärkte angeht. Das ist einfach so, auch wir Europäer orientieren uns an den USA. Und wenn die jetzt weiter eben hoddeln, ich meine, wir Deutschen haben das verkauft, wir haben ja keine mehr, wir können nicht mehr mitmachen. Wir wären viertgrößte Nation oder so gewesen, glaube ich, oder vierte oder fünfgrößte in der Welt, was Bitcoin-Bestände angeht. Die haben wir jetzt alle rausgeballert. Noch bei, ich weiß nicht, wo war der Kurs, 50.000, 55.000 oder so. Schade, wäre eine Milliarde mehr gewesen für den Staat Sachsen, hätte er gut gebrauchen können. Leider zu früh verkauft. Aber ja, es ist eine Signalwirkung. Ich glaube auch, dass das in vielen Ländern jetzt auch da die Regierungsvertreter und Zentralbankvertreter und Behördenvertreter und alle kommen zusammen. Okay, wenn die das jetzt machen, können wir es uns leisten, es nicht zu machen. Wird ganz spannend zu sehen. Ich weiß nicht, wie schnell sowas geht, aber es wird solche Effekte geben, ja. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Du hast Deutschland gerade schon angesprochen und das ist auch politischer Natur. Nur die Ampelkoalition in Deutschland löst sich ja gerade auf und damit droht auch dem hiesigen Kryptostandort ein Desaster. Hast du mir erzählt, warum? Genau, also das klingt jetzt erstmal sehr konstruiert. Was hat denn jetzt das Ampelhaus mit dem Kryptomarkt zu tun, denkt man vielleicht. Mehr als man denkt, aber das ist die Realität. Denn, also, nächstes Jahr soll ja vollständig die Mieke in Kraft treten. Das ist die Markets in Crypto Asset Regulation, also eine einheitliche Regulierung für die ganze EU zum Thema Krypto. So weit, so gut, haben wir oft schon darüber berichtet. Damit dieses Gesetz aber auch nationale Anwendung findet, braucht es in Deutschland ein Umsetzungsgesetz, kann man sagen. Das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz. Dieses Gesetz wurde von FDP eingebracht und bislang war von den Grünen blockiert. Hat verschiedene Gründe. Es geht dabei auch darum, dass die FDP eine Kindergrundsicherung nicht finanzieren wollte und so weiter und so fort. Sehr kompliziert. Kurzum aber, dieses Gesetz wurde bislang nicht verabschiedet. Muss es aber, damit im Januar die Mieke hier in Deutschland umgesetzt werden kann. Denn ohne die Mieke kann es auch keine Lizenzen für die Unternehmen geben. Wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Kryptobörse bin, gerade bei der BaFin eine Mieke-Lizenz beantrage, kriege ich die nicht ohne dieses Gesetz. Das wäre ein Standort-Desaster, wäre das in dem Fall. Auch aber dann keinen Verbraucherschutz. In dem Fall könnte man argumentieren, weil die Mieke, Verbraucherschutzgrundsätze zum Beispiel, oder Investorenschutzgrundsätze, greifen dann auch nicht bei uns. Also es ist eine, ich kann sagen, ein Schaden, der dadurch entsteht. Und es ist eine Blamage, weil wir dann eigentlich so ein bisschen, wie könnte man sagen, eine Bananenrepublik, nicht in der Lage sind, EU-Gesetze umzusetzen. Andere sind das, wir sind es nicht. Die Frage ist natürlich, okay, wird es nicht dann trotzdem kommen? Denn ich glaube auch hier, dass es ja kein Interesse gibt, jetzt sozusagen das nicht umzusetzen, auch von den anderen Parteien. Denn wenn wir es nicht tun, müssten wir im Zweifel sogar Strafe zahlen. Das heißt, wir müssen uns vor der EU rechtfertigen, warum wir es nicht umsetzen. Dann gibt es Eskalationsstufen. Und in der letzten Eskalationsstufe muss Deutschland sehr viel Geld an die EU zahlen, weil wir EU-Gesetze nicht umsetzen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber die Frage ist jetzt, und das ist das Spannende, schaffen wir es noch, bevor die Mieke in Kraft tritt? Oder wird die Regierung, die jetzige sozusagen noch was übrig geblieben ist, es dann machen? Haben wir vielleicht dann noch eine Vertrauensfrage vor, eine neue Regierung? Vielleicht ein März macht das dann? Das ist eine totale Unsicherheit gerade. Und wir haben ja mit Bundestagsabgeordneten auch gesprochen, von CDU, FDP, SPD. Sie haben uns ja noch Statements geschickt. Und ja, natürlich war jetzt, kann man sich auch denken, die FDP sehr, sehr sauer. Unter anderem, ich kann mal ein Statement vorlesen vom Abgeordneten Volker Redda. Der hat geschrieben, das Scheitern des Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetzes steht sinnbildlich für die mangelnde Bereitschaft von SPD und Grün. Die Realität in unserem Land anzuerkennen. Ähnliches ist auch nochmal Frank Steffler. Natürlich treten die da auch einfach gegen die anderen Parteien an dieser Stelle. Steffler meint zum Beispiel, ist auch der Blockchain-Sprecher der FDP, dass er jetzt nach der Entlassung von Christian Lindner nicht mehr glaubt, dass der Kanzler wiederum das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz so durchwicken lässt. Ich kann es nicht beurteilen, vielleicht geht es auch doch noch einfach durch. Das kann auch genauso gut sein, weil es, glaube ich, da gar nicht so Riesenwiderstände zu gibt. Aber es ist für Deutschland aktuell ein riesengroßes Problem. Denn es geht darum, am Anfang jetzt, wo Mika in Kraft tritt, auch dabei zu sein, wettbewerbsfähig zu sein. So, wenn wir das erst ein halbes Jahr später hinbekommen, dann ist der Zug schon abgefahren. Wir sehen es ja gerade auch schon, dass auch viele große Player nicht unbedingt immer Deutschland wählen. Die gehen nach, ganz genau vorbei mit Österreich zum Beispiel, wir haben Paris zum Teil. Deutschland ist nicht der attraktivste Krupp-Standort in Europa. Das muss man einfach jetzt auch mal so sagen. Ja, sehr traurig. USA reiten vor und Deutschland geht zehn Schritte zurück mal wieder. Das ist... Ja, vor allem, weil wir gute Ansätze hatten. Wir waren an manchen Punkten ja durchaus auch progressiv gewesen. Wir haben es vorangetrieben auch in der EU. Das war ja auch Stefan Berger, der Abgeordnete, EU-Abgeordnete, der das geleitet hat, kann man sagen, die Mika. Wir haben auf der Wertpapierseite einzigartige Gesetzgebungen geschaffen, das elektronische Wertpapiergesetz, was wirklich ermöglicht hat mal, dass eine Aktie, eine Anleihe auf einer Blockchain, einer öffentlichen Blockchain abgebildet werden kann. Also es gab da durchaus einen guten Willen dazu. Aber jetzt sind wir gerade dabei, eigentlich alles einzureißen wieder, wie wir uns benehmen. Ich frage mich, kann man überhaupt noch einem Unternehmen empfehlen, hier in Deutschland Blockchain-Startup zu machen? Aktuell würde ich sagen, fast schon eher nein. Wow. Okay, wir sind damit am Ende für heute. Ich kann es nur wiederholen, was für eine crazy Woche und spannende Zeiten stehen uns an. Und damit möchte ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Liebe Zuhörer und Zuschauer, ihr erreicht uns bei Fragen und Anregungen immer unter podcast.btc-echo.de Und damit sagen wir, bis in sieben Tagen, genießt die Rallye und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.